Musik Nachhaltigkeit, Energie sparen und gesundes Leben stehen ganz oben auf der Agenda der Gebäudemanager. Bis 2045 soll der Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral werden. Mit Lösungen von CENNA für intelligente Gebäude lassen sich nicht nur die Klimaziele erreichen, sondern auch viele weitere smarte Mehrwerte erzielen. Energiedatenmanagement, also die gezielte Erfassung von Energie- und Wasserverbrauch, macht Energieverbräuche und Kosten transparent und hilft so beim Energiesparen. Um das Thema Energiesparen im Gebäude noch weiter voranzutreiben, hat CENNA mit der BuildingLink App eine neue Lösung entwickelt, um Heizkörperthermostate effizient zu steuern. Damit lassen sich über LoRaWAN einzelne Heizkörper ebenso regeln, wie Heizkörper ganzer Gebäudebereiche oder Liegenschaften. Das schafft maximale Effizienz beim Heizen. Und die Digitalisierung im Gebäude bietet noch mehr. Auch die Daten von Rauchwarnmeldern oder smarten Sensoren lassen sich mit LoRaWAN übertragen. In das LoRaWAN-Netz lassen sich viele Sensoren integrieren, die Fenster und Türen Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt oder andere Gebäudedaten überwachen. Mit dem CENNA Building schaffen Sie die Basis für Klimaschutz und Nachhaltigkeit und stellen die Weichen für die Zukunft.